Hat die gesamte Jurassic World Trilogie überhaupt eine Daseinsberechtigung? Diese Frage beantworten wir jetzt hier in diesem Video. Und du wirst dich jetzt wundern, was ich dazu zu sagen habe. Ja, haben sie definitiv. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich weiß, ich gehöre auch zu der Fraktion, die ja eigentlich gerne mal über die Jurassic World Filme meckert. Eben einfach, weil sie bei mir nicht das auslösen, was damals bei mir Jurassic Park ausgelöst hat. Ist das eine unfaire Herangehensweise? Selbstverständlich. Aber ich kann eben Nostalgie nicht einfach abschalten. Und Jurassic World 1, 2 und 3 haben bei mir eben eher einen, naja, eher so 0815 laschen Effekt bewirkt. Natürlich kommt dann hier die Frage auf, hat die Trilogie überhaupt eine Daseinsberechtigung in der Welt von Jurassic Park? Denn immerhin ist Jurassic World ein Anhang von Jurassic Park. Das Ganze spielt ja in einer einzigen Zeitlinie und gehört auch wirklich zusammen. Wenn wir die Filme jetzt einfach mal ganz objektiv betrachten, ist Jurassic World ja mehr oder weniger ein Film, der exakt die gleiche Prämisse aufbaut, wie auch Jurassic Park. Nur meiner Meinung nach wird das Ganze nicht so sinnvoll umgesetzt. Von daher könnte man jetzt sagen, gut, ist halt fast wie ein Remake. Braucht man nicht, kann man rauswerfen. Jurassic World 2 gilt doch eigentlich nur als Brücke für Jurassic Park, Jurassic World 1 und Jurassic World Dominion. Der Film erklärt uns, wie die Dinosaurier aufs Festland gekommen sind und mehr macht er doch aber eigentlich nicht. Und Jurassic World Dominion dann ganz zum Schluss. Ja gut, er zeigt uns halt wie Riesen, Heuschrecken, Felder abpressen und dann sind auch Dinosaurier im Hintergrund. Das könnte man jetzt so sagen, wenn man sich nicht die Mühe macht, vielleicht ein bisschen dahinter zu blicken, was uns eigentlich da gerade erzählt wurde. Ich bin der Meinung, dass das Konzept von Jurassic World, der gesamten Trilogie, unfassbar genial ist. Und das aus meinem Mund. Es hapert an der Umsetzung. Da habe ich jetzt aber schon tausendmal drüber geredet. Meiner Meinung nach ist das Ganze falsch umgesetzt worden. Warum das Ganze aber einfach Sinn ergibt, das sollte man nicht ausblenden. Wir haben in Jurassic Park 1 gesehen, dass wir Dinosaurier erschaffen können und nicht einfach aus dem Nichts heraus. Nein, wir nehmen verschiedene DNA-Stränge, bügen die zusammen und kreieren dann eigene Lebewesen. Sogar in den Büchern wird schon aufgeführt, dass bestimmte Dinosaurier bestimmte Fähigkeiten haben, die eben aus diesem Zusammensetzen verschiedener DNA-Stränge resultiert. Das heißt, wir haben hier auch nicht einfach nur eine reine Dino-DNA. Wir haben hier schon angefangen, verschiedene DNA-Stränge zusammen zu kombinieren, haben dann gemerkt, das funktioniert. Moment, wir können damit Leben, das ausgestorben ist, erschaffen. Eine komplett logische Konsequenz aus diesen Forschungen ist das, was wir in Jurassic World 1 sehen. Was passiert jetzt also, wenn wir diese Stränge benutzen und erschaffen Dinosaurier und nehmen dann Stränge von zwei verschiedenen Dinosauriern und packen die zusammen? Wenn das funktioniert, was ist, wenn wir mehr Stränge nehmen und die zusammenpacken? Zack, wir haben den in Dominus Rex. Allein dieser Gedankengang, ich finde es so cool, dass man den wirklich für Jurassic World umgesetzt hat. Ich mag diese Idee dahinter. In Jurassic World 2 geht man dann noch ein Stück weiter. Erstmal ist Jurassic World 2 eigentlich nicht nur eine Brücke von den ersten beiden Filmen. Jurassic World 2 zeigt uns außerdem, wie extrem korrupt und habgierig die Menschen doch direkt sind. Die Dinosaurier kommen aufs Festland und das erste, was wir machen, ist, die Dinosaurier zu verkaufen. Und hier kommen wir, Jurassic World 2 erklärt quasi ein Zitat von Dr. Ian Malcolm aus Jurassic Park 1. Die Leute sind nur darauf bedacht, ob sie es machen können oder nicht, ob sie es tun sollten. Die Sprache hat sich keiner gestellt. Ja, aber deine Wissenschaftler waren so beschäftigt, ob sie es nicht können, dass sie nicht starten zu denken, ob sie es sollten. Und das geht doch genau auf diese Auktion zu, die wir in Jurassic World 2 erleben. Die Leute kaufen Saurier einfach, weil sie es eben jetzt können. Ob sie es aber machen sollen, welche Konsequenzen das Ganze hat, ist denen vollkommen egal. Auch, dass wir eben Maisie als Klonmädchen bekommen, ist eine unfassbar geile Umsetzung, eine total plausible Konsequenz. Und ich kann nicht verstehen, wie manche Filmkritiker das immer noch als Kritikpunkt sehen. Wir können nicht nur Dinosaurier erschaffen, wir können nicht nur ausgestorbene Kreaturen quasi wiederbeleben. Wir können einen Indominus Rex oder auch einen Indoraptor erschaffen. Kreaturen, die es nie gegeben hat, dass man jetzt auf die Idee kommt und sagt, okay, können wir das aber auch mit Menschen machen. Ich finde, das ist nicht nur nachvollziehbar, es ist ein logischer Schritt. Es ist eine logische Konsequenz aus allem, was wir da gesehen haben. Ich habe das schon mal in einem anderen Video angesprochen, aber Verlustängste haben wir doch alle, dass wir Familienmitglieder verlieren, Freunde, auch Tiere zum Teil. Jetzt haben wir die genetische Technik, um uns eine Illusion davon zu verpassen, dass vielleicht eine verstorbene Mutter oder Oma noch bei uns ist. Natürlich ist es irgendwo nur ein Klon von der Person, aber an sich, wer würde das denn nicht machen? Seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn man wirklich Verluste hat, die man verarbeiten muss, dann aber die Möglichkeit hat, diesen Verlustschmerz irgendwie zu mindern, würden das sehr wahrscheinlich die meisten von uns da draußen machen. Von daher ist auch Jurassic World 2 hat eine Daseinsberechtigung. Vollkommen. Und jetzt kommen wir zu Jurassic World Dominion. Da gab es ja wirklich auch Leute, die gesagt haben, oh, jetzt muss ich den Kanal aber leider verlassen, du redest mir zu negativ über Jurassic World Dominion. Ich mochte den Film nicht wirklich, weil mir hier das Grundkonzept nicht, also das Grundkonzept war nicht das, was mir versprochen wurde. An den Heuschrecken hängen sich ja auch wirklich ganz viele Leute auf. Ich unter anderem auch. Aber auch das ist wieder, und ich kann die logische Konsequenz, jetzt müsst ihr jedes Mal enttricken, wenn ich sage logische Konsequenz, aber auch das ist noch wieder komplett nachvollziehbar, weil die Umsetzung ist ein bisschen dämlich geworden. Biosyn hat sich damit komplett selbst entlarvt, wenn sie die einzigen sind, deren Saatfelder nicht abgefressen werden und die Heuschrecken sind derartig groß. Natürlich würden wir aber auch unsere Tiere mit diesen Genen modifizieren. Und auch, dass wir hier einen super Konzern haben, der vielleicht andere Konzerne manipuliert, damit er selber als Monopol darstellt, das ist doch vollkommen cool. Dieses Video geht mehr oder weniger darauf ein, was ich dann davon halte, weil ich auch schon in meinen Kommentaren gelesen habe, also würdest du die Filme komplett aus dem Kanon streichen. Es wurde mir jetzt schon ein paar Mal geschrieben, nein, auf gar keinen Fall. Die Filme, wie sie sind und was sie uns erzählen wollen, sind, wenn man sich hinsetzt und versucht, das zu verstehen, total daseinsberechtigt. Das macht Sinn, das ist cool, das ist logisch. Nur bei mir ist es eben die Umsetzung, die ich sehr kritisiere. Auf diesen Standpunkt wollte ich euch nur nochmal bringen, auf den Kommentar wollte ich jetzt nochmal eingehen. Jetzt haben wir das Thema Jurassic World Dominion auch, glaube ich, für das erste Mal abgehakt. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Theorienvideos dann dazu, aber ihr wisst jetzt, was ich davon halte. Ich sage, Jurassic World ist vollkommen cool, dass es das gibt. Ich verstehe, warum ihr Jurassic World so mögt und ich hoffe aber, ihr könnt auch nachvollziehen, warum ich persönlich sage, meins ist es eben nicht. Und damit bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.